Mein Name ist Konstantin Schupp, ich bin Inhaber der Firma Autodienst Schupp und seit diesem Jahr habe ich endlich die schöne große Werkstatt, die wir immer haben wollten, um den Service so Ihnen auch liefern zu können, wie wir das möchten. Schauen Sie sich das einmal an. Das ist jetzt im Aubern-Jäser, ihr lieben Leute, und ich schwenke jetzt mal einmal durch die großzügige Anlage, die wir hier sehen, mit all den tollen Mitarbeitern. Das hat ja schon wirklich Größe. Da hinten ist das Büro. Hinter mir ist ein großer Hof, auf dem man dann sehen kann, dass man die Fahrzeuge abstellen kann. Und der Schupp ist happy. Wo ist er? Aber der Schuppen hat. Ich bin ja. Und der Schuppen hat. Ich bin ja.